So, weiter geht's direkt. Also für euch nicht direkt, aber für mich. So. Ich befürchte, ist das eine Raumfähre? Oder ist das ein Jäger? Nein, das ist ein Jäger. Okay. Jetzt ist es Zeit für uns, um das Publikum zu streichen, wo sie wenigstens erwartet werden. Ich würde nicht so hastig sein, wenn ich dich wäre. Ich wähle deine Anführungen. Ich arbeite nicht für frei. Hier geht's. Gehen wir jetzt. 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 I don't work for free. Okay, näher, dann können wir nicht. As you wish. So. Gehen wir jetzt. 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 Dann fange ich an. Den kleinen Zwischenschiffen. Gehen wir jetzt. 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 So, 27 Jäger. Attacke. 18 Tridroidenjäger. Attacke. 16 verbesserte Bomber. Äh, da ist der eine Hangar. Da ist der andere Hangar. Der eine alte Bombe. Okay, hier ist ja noch mehr. Einfach drauf. Einfach drauf. Alter! Okay, das Ding muss ganz schnell abgerissen werden. Was ein Dreckssack. Was ein Dreckssack. Ja. Okay. Okay, Ben. Montage. 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 Das ist ein Dreckssack, Alter. Das ist ein Dreckssack. Sehr unsympathischer worden, der Typ. Echt. Die Providence gerundet. Diese, ähm... Planetaren Geschütze sind halt echt strong. Wir müssen die halt auch. Finde ich. Also das ist schon der angehend... ...balanced, würde ich sagen. Also das die OP sind. Hehehe Ich kann sie nicht sehen Ich kann die Gegner jagen Gehen bitte diese Station auseinander Roger, roger So, überall Feuer verstärken Unser Schiff ist unstoppbar Du maximise unsere Kassel-Face mit diesem Attack Ja, weil so sieht das dann nämlich aus wie die Separatisten angreifen Ich denke überall einfach nur Jäger So, ähm Guck mal ruhig die hier Guck mal kurz die Engines von ihm Guck mal Guck mal kurz die ganzen Jäger hier Schön die Raketen rein da Guck mal kurz die Schiffen Alles wird geplant? Wir können nichts für Jäger Okay, ja Die krasse Schlacht am Fondor war gar nicht so krass Wobei doch, naja Ne, eigentlich nicht Nur mit diesem Bodenraum geschützt hätte ich halt nicht gerechnet Also das ist die KI die halt auch baut War eine Providence verloren, ja das ist jetzt äh Eher weniger tragisch Ähm Ja, wir können hier eigentlich im Raum Behalten Ich spreche jetzt nix gegen So, dann kleben wir den eben noch I'm looking forward to this Moving out So Very good Einer Greetings, Vice-Roy Ventress is back Sehr schön Okay Koordinates are locked Machen wir den einen noch Schicken wir den einen rüber Moving Bauen wir weiter aus Rigging reporting Gegengedreht auch bei Hypo Reo Ist eigentlich egal wo wir das machen Okay, ähm Count Dooku Was kannst du Gutes für diese Flotte tun? Consulting Unit Einfach Einheiten pumpen Carrier statify Fondor Ähm Invasion commencing Ich bin mal sehr gespannt Ich glaube das ist so linear Ja Da kommen Erinnerungen hoch An Ein An ein Gefecht Gute Wir fangen da oben an Use any means necessary to show up our position Mein es war Ne, ne, es war nicht von Das war auf einer anderen Map Äh, Katsu Neumodia war das glaube ich Genau Die war auch so linear Er hat es einfach nicht geschafft den Planeten einzunehmen Weil ich mich dementsprechend gut hingestellt habe So Wir fangen auf einer Seite Oh Zube von allen Seiten Kastination Law Kastination Law Böhm Individu Kastination Law Woh Woh Ich weiße Er hat es Er hat es in den Planeten Ok Einfach reinlaufen So. Und hier auch einfach rein. Einfach Zugriff. Okay, fliegen noch. Die Frage wo der Schildgenerator ist. Was ist denn? Da ist der Schildgenerator. Okay. Anflug fliegen Jungs? Hätte ich doch eine Providence in Orbit packen können, dann hätte ich ja wenigstens, äh, sag mal schnell. Orbitales, one by the mall und sowas. Paketen drauf. So, ähm, bisschen Masquerade. Schüller, flieg doch bitte nach da hinten jetzt. Oh, nicht so schwer sein. Oh, und er kann sich wieder aufbreden. Oh, er zerstört. Nice. Okay. Dann könnt ihr jetzt auch viel Spaß haben. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Neustart einer. Wie. 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 Ich bin noch nicht zufrieden mit der Bodna, mir gefällt da auch noch die Hälfte Dann verbrauch ich auch noch mal welche Das Gegnerjagen ist gar nicht so schlecht, da muss man nicht, Mann, weil das ist absolut Guck mal ob hier hinten noch irgendwas ist Ich denke aber nicht Zumindest würde ich sagen haben mit Zweifeln Nein, das sieht nicht nur aus Okay, jetzt die Frage aller Fragen, wo sind die restlichen Gegner Was ist das Ding auch noch so schnell? Hm, wo ist der Rest der Gegner? Das ist hier die Frage Dann kann ich übersehen Oh, hier ist ein Förderband Das sind zwei Ziellistenattacke Wo sind die? Kann doch nicht sein, dass ich ihn jetzt hier nicht finde Ja, unten Okay, wenn ich das zerstört habe, das soll das dann gewesen sein Gute Turbolaser Ja, okay, alles klar Ich bin 30.000 Credits, wie viel Gut System conquered So Die Bodenarmee weiter ausbauen Du kannst da hin So Das hätte ich denn gerne noch Ich bin questioner Panzer Panzer Das passt schon. So, fette Schlacht um Intouin jetzt gleich. Mal, 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 lass da fliegen. Äh, 46 gegen 114, ja gut. Da mache ich mir jetzt weniger Sorgen drum. Zumal, ich glaube, die sich eh zurückziehen. Gehe ich einfach mal fest von aus. Das ist klar, Schiff. Heading there now. Moving up. Moving out. So. 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 Sechs Träger. Ja. So. 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 Aber... weiter. So fehlt mir ganz kurz Stop drücken. Jetzt kommt schon weiter. So, drauf. Einfach drauf. Rein. Drauf. Du rein. Du rein. Du rein. Oh hvor. Ja, Maximum. Opja auf dem Laser Battle. Feuer. Ja, Maximum. Die Laser Battle. Ja, Maximum. Wir sind ein. Schreien Oh mein, da macht die gerade Alarm-Alarm Ja Ja Idiot So nämlich Ja 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 Ich weiß, sie haben jetzt auch gerade verstärkte Waffen, nur was mir egal Ja 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 Yes, going there, Nass. Attack the laser bag. We can leave nothing to chance. Yes, sir. Ja, das war Palastir. Retreat aborder. We are victorious. Das gar nicht. Habe ich jünges verloren? Ja, sehr gut. Constructing. Allodroids reporting. Tactical Battle imminent. 21. Okay, das wird jetzt auf jeden Fall der fette Schlacht. Die Schlacht um Intuinen sind wir aber erst im nächsten Teil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.